Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Painter Town Red wieder in der Arena. Wir wollten es unbedingt nochmal schaffen. Ich hoffe, wir schaffen es, ey. Schaffen wir es heute? Auf jeden Fall. Ey, Mann, ey. Ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Nein, wieso nimmt er die Waffen nicht auf? Jetzt habe ich den Speer. Die Kämpfe auch ein bisschen gegenseitig. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen besser ausnutzen. Wohl die ersten Level, die werden wir alle wohl souverän schaffen. Ja, stimmt. Alter, du mit deinem scheiß Schwert, ey. Ich zeige euch gleich mal, was für ein Schwert ist, ey. Ich packe gleich mein Schwert auf. Bam, ich habe den Kopf abgeschnitten. Das ist der Geile. Zack. Ah, die stehen wieder auf. Na, ich bin tot, Alter. What the fuck? Wie hast du das denn bekommen? Ich weiß nicht, wie ich das denn bekommen habe. Jetzt musst du irgendwie alleine klarkommen. Ich habe nur ein bisschen Leben verloren bis jetzt. Das ist echt merkwürdig. Ich habe vielleicht gleich irgendwie... zu krass... auf Attacke gemacht oder so. I don't know. Oh. Nimm mal, wir haben alle Waffen, die da rumliegen. Da hinten, wo ich tot bin, glaube ich, müsste noch so ein Schwert rumliegen. Ich dachte, du boxt dich hier nur. Ne. Das Schwert ist sehr geil. Shockwave ist auch noch ready. Alter, der hat eine Faustwaffe, der... Da steht wieder eine auf. Lass das Ding liegen, du. Die anderen boxen sich gegenseitig kaputt, das ist gut. Ah, jetzt lieber erst die kleine Gruppe angreifen können. Ach, ich mache die alle platt hier. Den auch, ey. Wo willst du denn hin? Oh, da sind noch ein paar über. Ah, die Leute hier, die simplen Leute, die halten, glaube ich, nicht so viel aus. Hinter dir stehen zwei auf. Oh, der hat mich erwischt. Hat ja echt gut angefangen, dafür, dass ich gesagt habe, dass wir das jetzt diesmal irgendwie schaffen. Ist so. Scheiße, wir müssen irgendwie auf jeden Fall zusammen überleben, weil das war, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge, ich weiß nicht, ist schon ein bisschen länger her. Da, wo wir den Chefkoch da bekämpft haben, da haben wir ja zu zweit von links nach rechts und hinten und keine Ahnung was. Das ist schon sehr, sehr, sehr sinnvoll. Richtig, eben. Alleine ist dann Berserk ready, mach den mal an. Mach den an, mach die anderen fertig da, die letzten zwei, drei Leute. Hä, ich habe keinen Berserker ready. Da steht Berserk ready bei mir. Bei mir nicht. Stand da gerade. Jetzt. Hm. Boah. Boah, Alter, diesen Berserk, das, ich glaube, der braucht, macht mehr Sinn als, äh, als hier dieses Shockwave. Das müssen wir vielleicht mal bedenken. Muss man halt behalten, aber ist egal. Ja, du musst dann drei Leisten voll machen, aber das lohnt sich voll, weil ich habe das Gefühl, wenn du einmal trittst, dann sind die platt. Sind die auch. Nichts, äh, das macht ja mehr Sinn als so eine blöde Shockwave. Ich habe kein volles Leben, wieso? Ich auch nicht. What the fuck? Ich habe auch Hälfte oder sowas. Kann doch nicht sein, wir müssen nicht fallen. Oh, mega lag gerade, was war das denn? Ich habe nichts an. Was mit den Fallen? Kommen die heute noch hier? Yala, yala, komm. Alles so, keine Ahnung, spanische Clubtänzer hier. Naja. Scheiße. Du Sack. Die Fallen gehen auch nicht wirklich. Nimm mir meine Waffe weg, ich gehe kaputt. Boah, die haben voll die Schwerter. Hier ist doch ein Schwert. Hier ist ein Messer hier vorne. Der wollte das nehmen, der sagt. Klar, die nehmen ja auch die Waffen auch auf. Richtige Säcke sind das. Nein. Wer ist denn noch am Leben? Der da. Irgendjemand steht auf, ey. Nice, geschafft. Ich hoffe, aber das ist blöd, dass wir jetzt nicht so viel Leben hatten. Ja, das war komisch. Ich glaube, das lädt sich nicht komplett auf. Ja, ist wahrscheinlich. Ich muss doch jedes Level weiterklicken. Next Wave und so. Ach ne, die Boxster, die waren auch so dreckig, ey. Oh, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr, aber nicht ganz voll auf jeden Fall. Ja, ich habe voll jetzt, weil ich nicht so viel verloren habe. Wir müssen mich hier reinlocken. Ja, ja, stimmt. Ja, kommt schon. Da kommen auch unsere Leute gehen da rein. Die sind so blöd, ey. Oh mein Gott, ey. Oh, auch beim Boxer müssen wir so aufpassen. Pass auf, dass sie sich nicht treffen, weil sonst sieht es echt blöd aus. Ach, guck mal, unsere eigenen sterben hier. Oh, ich würde die Waffen aufheben, ey. Shit, ey. Nein, die haben mich getroffen, Alter. Aber wie, ey. Assis. Shit, shit, shit. Hier, ey. Wir müssen mehr beschäftigen mit dem Fall, ne. Alle am besten. Naja. Kommt hier rein, meine Guten. Dass die auch da durchlaufen können, das ist ein bisschen skurril. Oh, ich bin da selber reingelaufen, die Blöde, ey. Oh, das ist blöd. Kann aber mal passieren. Ich habe nur noch die Hälfte des Lebens. Das ist ein bisschen Abfuck, ey. Nein, der hat mich getroffen, dieser Bastard. Wie geht das denn? Boah, die blocken auch die Hunde. Boxer. Boah. Nice, einer ist tot. Scheiße. Zum Glück sind wir so flink. Komm, lass mal zum Feuer locken. Vielleicht bringt das irgendwie mehr was. Na, kommt schon, Babys. Ah, voll schüttel. Die Wichser. Jetzt geht das Ding wieder runter, ey. Feuer, dann geht viel zu selten hoch. Jetzt, komm, komm, komm. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Warum mega leck, ey. Die brennen doch jetzt, oder? Ja, ein bisschen brennen die. Nice, die brennen wie sonst was. Oh, guck mal, ey. Dass die das überleben, das gibt's gar nicht. Wie kann das sein? Der hängt hier voll fest, ey. Da drin. Unglaublich. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass man irgendwie zu wenig Leben hat dann. Das ist aber echt scheiße. Mal so, einer, zwei nur noch. Alter, bei mir leckt's wie Sau, ey. Ich hab noch nix an. Nur Spiel, mehr nicht. Boah. Wichser. Tritt ihm den Rücken, Alter, wenn ich ihn ablenke. Oder boxe am besten mit der Hand auf den Hinterkopf. Das ist immer am besten. Ja, die verfolgen mich. Nee, die, warte, ich komm dann von hinten. Ah. Das riecht gut, weil man von hinten auf den Hinterkopf boxt. Ich hab das schon gemerkt beim Boxen. Dass das Boxen letztendlich mehr bringt. Nein, der hat mich getroffen. Ich bin fast tot, Alter. Nein! Der hat mich nochmal getroffen. Ah, wir müssen die Fallen ausnutzen. Was ist denn los heute? Nice. Noch einer. Ja, aber das Problem ist gleich, ey. Wenn es jetzt schwer wird. Das wird dann ekelhaft. Ach, guck mal, die gehen da einfach durch, ey. Der hängt da einfach mittendrin in diesem Zacken, ey. Wie viel Leben haben die jetzt da tot? Äh, willst du gucken, warum das leckt oder soll ich direkt weitermachen? Nee, mach mal weiter. Wann kommt der Chefkoch mit dem Samurai-Schwert? Jetzt, okay. Das ist böse. Wir brauchen mehr Leben. Ich hab viel zu viel nicht Leben hier. Komm schon, Waffe aufheben. Oh, Mann. Und hier nochmal Felaini, der mitmacht, Alter. Ist so. Ah, ohne Fallen ist natürlich sehr schwer. Felaini hat mich getroffen. Ohne Fallen ist schwer und dann auch ohne Waffen, ey. Wir müssen dem irgendwie die Waffen abnehmen, den Gegnern. Ich hab hier so ein Bruce Lee-Waffe. Ja, ich hab jetzt auch eine. Nice. Nice, sehr gut. Die haben nicht aufgepasst. Ich hab nach vorne geguckt und ich kam von hinten. Oh, er ist tot. Felaini nochmal draufkloppen. Ich stehe dann auch tot zu sein. Na, da steht wieder auf. Da steht ein Klappstuhl. Jawohl, Felaini ist auch tot. Der ist auch tot. Können wir noch den. Nice. Oh Gott, wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Ich seh sie nicht. Ich seh sie nicht. Ah, die Waffe ist kaputt. Hier, noch eine Waffe. Oh Gott. Jawohl, der ist tot. Jetzt müssen wir gleich wieder hier auf den draufboxen, wie bekloppt. Waffen haben wir keine mehr, ne? Da hinten steht noch ein Stuhl. Oh, ich seh ihn nicht. Ach, da hinten. Wir müssen am besten wieder von vorne und von hinten draufboxen. Und versuchen, so wenig Leben wie möglich zu verlieren. Der hat mich getroffen mit dem Schwert. Wie geht das? Und er hat zu dir gekommen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Pass auf. Hat am besten immer die Laufentaste gedrückt. Ach, wenn er sich umbohrt. Dann hat er aber aufgehört. Ins Gesicht ist es echt am besten. Dann gehen die Schnecke. Wenn ich überlege, wie lange ich auf den damals eingeprügelt habe. Ja, vielleicht hast du irgendwie... Diese Fußtritte, die bringen nichts. Das habe ich auch gemerkt. Also wenig. Boah, jetzt kommt der Chefkoch. Oh, ne. Wir haben ein paar gehilfen, aber das war es auch. Das ist dieses dreckige Level, wo ich in die Fallen gelaufen bin. Naja, das ist natürlich schwierig. Was ist das denn für eine Monsterwaffe hier? Scheiße. Am besten lassen wir erstmal alle töten. Alter, ich habe noch Hälfte des Lebens. Ich bin irgendwie schon getroffen worden. Ich habe noch viel Leben. Das sind so viele Köche. Man kann auch irgendwie... Man muss auch noch ausweichen. Das ist immer das Problem. Oh, ein Glas. Alter, die haben mich getroffen, die Hundeficker. Die haben auch einen Hackball dabei, klar. Ich treffe die mit dem Glas gar nicht. Schmeißt das denen entgegen. Die schmeißen wir es nochmal. Mit F, glaube ich. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Die hat nur hier eine Waffe. Ah, was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das denn? Dass man die Waffen nicht abnehmen kann von denen. Oh Gott, das will, ne? Das ist auch schwer, weil hier alles so voll ist. Man kann nicht irgendwo hinlaufen, wo man will. Die Fallen sind scheiße, weil die einen selber killen. Jawohl, ich habe irgendeine schöne Axt. Was ist das denn? Gott. Nice. Was ist das denn? Schallplatten-Spieler oder was? Shockwave habe ich schon mal. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Keine Waffen hier. So, gibt es hier irgendwie ein paar Tote, die irgendwas hinter dem geblieben haben? Nice, hier liegen noch ein paar Sachen. So, jetzt nehme ich das Schwert von denen und dann geht es erstmal richtig los. Ich sehe, ich habe kaum Leben. Ich habe nur noch 2-3 cm, wenn es hochkommt. Gibt es doch nicht. Ich habe mich doch... Hä? Ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Versuch mal alleine, aber... Oh Gott. Ich habe nicht aufgepasst, ey. Ich habe nicht aufgepasst. Jetzt haben die mir voll viel Leben abgezogen, ey. Jetzt habe ich nur Hälfte des Lebens. Mehr als ich auf jeden Fall. Warum kann ich das Ball nicht aufheben? Dammt und zugenäht. Schwer, das Level. Es geht, wenn man die Waffen aufheben könnte, die die haben, ey. Nein, ich bin in die Stacheln gelaufen. Sind nicht mehr viele, das schaffst du doch. Ja, hoffe ich mal. Vier Stück, oder? Ah, doch nicht vier Stück. Nur umsatzig noch. Mann, ey. Die Waffen, ey. Die sind besiegt. Ich kann die Waffen nicht aufheben. Jetzt geht's. Wow. Wow, 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 wow. Ich habe nur noch... Alter, ich habe nur noch 1 cm Leben. Scheiße. Müsst du Shirtgrave machen, ne? Ne, ne, ne. Wir sind doch schon letztes Mal in diesem Level gescheitert. Das ist doch bitter. Ich weiß es nicht. So. Nein! Wie kann der das? Wie geht das? Ich habe Shockwave gemacht. Da kam der auf einmal an. Ich wollte gerade das Messer aufnehmen, ey. Nochmal, oder? Oh, wie bitter, ey. Fuck, ey. Ja, nächstes Mal versuchen wir es nochmal, Freunde. Aber vielleicht die Challenge 2 nochmal. Ich weiß es nicht. Müssen wir uns überlegen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Paint it down red. Bye.